So, ein Reichen im Arbeitskraft auf der Mittellinie, ohne zu halten, C, rechte Hand, C, A, Arbeitskraft. A, Dreischlammellinie durch die ganze Bahn. Bei C auf der rechten Hand beenden, C und M, Arbeitsgalopp rechts, B, 20 Meter, Zirkel rechts, einmal herum, B, A, E, Arbeitsgalopp, kurz vor H, 15 Meter, Zirkel rechts, einmal halber Mal herum, zurück zum Hufplatz. K, Übergang zum Arbeitstag zwischen E und K, K, Übergang zum Arbeitstag, K, A, Arbeitstag, A, Dreischlammellinie durch die ganze Bahn. Bei C auf der linken Hand enden, C, H, Arbeitsgalopp links, B, 20 Meter, Zirkel links, einmal halber Mal, E, A, B, Arbeitsgalopp, kurz vor M, 15 Meter, Zirkel links, halber Mal herum, zurück zum Hufschlag zwischen B und F. F, Übergang zum Arbeitstag, F, K, Arbeitstag, H, X, durch die ganze Bahn wechseln, einige Schritte Mitteltracht zeigen, M, Arbeitstag, C, Übergang zum Mittelschritt, C, H, Mittelschritt. A, X, F, durch die Bahn wechseln, im freien Schritt am langen Zügel. F, F, A, Mittelschritt, A, auf die Mittellinie abwenden, A, X, Mittelschritt, bei X falten, Wir müssen es nochmal machen, ich habe jetzt einmal verpflichtet. Grüß Kindlich. Ich muss noch mal, ich habe das einmal falsch gemacht.